Ach Junge, ich wurde einfach komplett im Arschloch gefickt. Wer hat dich jetzt schon wieder durchgenommen? Meine Mutter? Ach, Digga, jetzt ist meine Hand wieder nass und klebrig und rot vom fucking Granat-Affel. Man, dann halt Granat-Affel, ist hart wie Stein. Junge, ich hab so Bock in Julius' in den Vordern, einfach meinen Schwanz zu stecken. Das Ding ist, das ist so eine komische Aussage, dass ich nicht weiß, ob sie wahr oder gelogen ist. Junge, effektiv 90% aller meiner Aussagen sind eigentlich gelogen. Jetzt Shadow-Replay machen, Nikolas, weichern, ich mach mir das als Klingelton.